Ich wusste doch, dass du vernünftig sein wirst, Süße. Und jetzt an die Arbeit. Hört mal alle her, ihr Lieblin. Wir brauchen eure Hilfe. Schnell. Ja, eure Königin ist von den Räuberwesten gefangen genommen worden. Ja, die fände ich dir verraten. Ja, die fände ich dir verraten. Ja, die fände ich dir verraten. Ja, genau. Und jetzt kommt schon, wir werden sie zurückholen. Was soll denn das denn lernen? Reist das gefälligste Satz? Sie werden leider nicht auf dich hören. Sie hören nur auf ihre Königin. Schluck die Bunt. Wie, aber Bruni, die können doch nicht mehr da rausgehen und heulen. Wir müssen sofort einen Rettungstrupp zusammenstellen. Ich bitte euch, hört mit zu. Es geht um das Leben unserer Freunde. Es hat keinen Zweck, meine Freunde. Die Bienen hören nur auf ihre Königin. Ohne ihre Befehle ist der Bienenstock absolut nicht lebensfähig. Aber nicht, wenn es nach mir geht. Du, du und du. Versammelt die Drohnen und wartet in der Waffenkammer auf uns. Äh, äh, ja, äh, natürlich eure Schlumpfigkeit. Das glaube ich einfach nicht. Die hören ja tatsächlich auf sie. Wie hast du das bloß gemacht, Sarset? Sie haben wirklich, kann mich jetzt nicht unterhalten. Muss sehen, dass dieser Bienenstock weitersummt. Bruni, du kommst mit mir. Oh. Na los, bewegt eure Stacheln und macht euch endlich an eurer Arbeit. Macht die Bottiche Klaut. Leert die Eimer. Dreht die Hähne auf. Du hast den ganz schön Feuer unter den Stacheln gemacht. Ja, macht schön schlumpfig weiter. Danke Bruni. Macht schön schlumpfig weiter. Schlumpfrohr, sieht aus, als wärst du jetzt die Bienenkönigin hier. Ja, aber zunächst mal muss sich das Bienenteam noch zuerst klassigen Westenbekämpfer trainieren. Aber wir haben diese Waffen noch nie benutzt. Die Königin hat uns immer aus allen Schwierigkeiten rausgehalten. Jetzt hört mal gut zu. Wenn wir die Königin retten wollen, dann müssen wir auch vorbereitet sein. Wir bereiten uns vor. Also, ich zeig euch jetzt mal, wie der Held in den Don Schlumpfobüchern immer gekämpft hat. So und da. Und jetzt versucht ihr Bienen es genauso. Raus! Ja! Oh, wie ihr seht, bin ich für solche Sachen einfach nicht geschaffen. Ihr solltet Handchen lieber ohne mich retten. Kommt überhaupt nicht in Frage, Bruni. Du musst nur ganz, ganz fest an dich selbst glauben. Ihr bitten mich schneller arbeiten. Ihr habt bis jetzt erst eine Mauer geschaffen. Meine Bienen haben getan, was sie konnten. Sie müssen sich ausruhen. Nein! Sie müssen lediglich ausgetauscht werden. Und deshalb wirst du jetzt den Rest einer Bienen zusammenfrommeln, damit sie die Arbeit beenden. Das werde ich nicht. Nun gut, bitte. Ganz wie du willst. Die erste honiggetrauchte Geisel kommt sofort. Oder sollte ich besser sagen, verschwinden. Und mir wird schlecht. Also schön, ich sehe ein. Ich habe keine andere Wahn, als dir zu gehorchen. Schlumpf die Wumpf die. Es ist wirklich nicht einfach, der große Boss zu sein. Und den Westen entgegenzutreten, ist auch nicht so einfach. Seid ihr sicher, dass wir dazu in der Lage sind, Hoheit? Psst. Nicht so laut, Brummi. Wenn Sie das hören, verlässt Sie möglicherweise der Mut. Und bitte nenn mich nicht immer Hoheit, ja? Ja, eure Hoheit. Nee, Elian Sassett. Ach so, Bienen und Herr Taten. Hier spricht eure Königin. Ihr müsst jetzt alle den Bienenstock verlassen und euch dann den Wespen ergeben. Aber was machen wir denn jetzt? Sie ist unsere Königin und wir müssen ihr gehorchen. Naja, dann werden wir tun, was sie sagen. Aber auf meine auch. Wir fliegen mitten in ein Westen-Nester-Set. Und ich trau diesem Kostüm nicht so ganz. Hey, das ist nun mal der einzige Plan, den ich habe. Also was soll's. Und es ist unsere einzige Chance. Alles fertig machen für den Befehl. Ich hätte diese Bienenarbeitskräfte schon viel früher herbringen sollen. Sie machen ihre Sache wirklich gut. Und wenn sie fertig sind, wird meine Westenbruch uneinnehmbar sein. Heil Botanica! Lang lebe die Königin! Kann mir einer mal sagen, was hier vorgeht? Woher sind diese beiden blauen Käfer gekommen? Und wenn ich dich nicht täusche, gehorchen die Bienen diesem weiblichen Käfer. Lade ich auf sie! Ach, du werdet ihr an uns vorbei müssen! Ja, schnell, komm! Gut gemacht! Lecker hast du, Königin, aber die Revolution ist vorbei! Und jetzt befehle deinen Bienen sofort die Waffen wiederzulegen. Ansonsten wird diese altertübliche blaue Ameise versenkt. Wer ist hier altertüblich, du affiger Grünschnabe? Tut, was König Stachel sagt, meine arme Untertanen. Ich muss zugeben, er hat mich geschlagen. Gib nicht so einfach auf, Tantchen! Heil Botanica! Mein lieber Schlimm, ist deine Bede so richtig nach meinem Geschmack rum? Oh, mein kleiner Bumi, du hättest dich verletzen können. Ach, das ist auch noch nichts Besonderes, Tantchen. Wenn du in Zukunft nicht als klebriges Stand bedienen willst, König Stachel, solltest du lieber versprechen, mir immer aus Botanica zu verschwinden. Ja, ich versprich's, ich versprich's, ja! Hilft ihm raus und helft ihm auch, Leiber zum Land zu verschwinden! Ja, aber Honig rein! Und so überreichen wir euch als Zeichen unserer Dankbarkeit für alles, was ihr Schlümpfe getan habt. Diese Bienenwachskerzen und Gelais Royale. Warum bleibst du nicht hier und hilfst mir, den Bienenstock zu führen, Sarbett? Schlumpfti-Bumpfti, ich fühle mich wirklich sehr geehrt, euer Hoheit, aber ihr braucht meine Hilfe nicht. Alle Hilfe, die ihr braucht, habt ihr gleich hier in eurem eigenen Bienenstock. Ja, ich muss blind gewesen sein, da musste jetzt ein kleiner Schlumpfling kommen und mir zeigen, was so lange unter meinen Fühlern war. Schlumpft doch mal, jetzt wird's aber Zeit, ihr Grütschnebel. Wiedersehen, Bumi, bis bald. Auf Wiedersehen. A la Capresco, bring uns sofort an diesen schönen, stillen Ort, der da heißt Schlumpfdorf. Und diese gemeinen Räuberwespen waren uns direkt auf den Schwänzen, aber... Aber Opa, du hast vergessen, den Teil zu erzählen, als Sarbett den ganzen Bienenstock regiert hat. Ja, Forschi, das habe ich mit Absicht, denn den Teil übernimmt Sarbett. Nun, es fing alles an, als die Bienenkönigin gefangen genommen wurden. Haha, sieht so aus, als würden die Schlümpfe zuhören, wenn's das entspricht. Immer am... Aber dann ist das, wie sie euch aus. tanks sind so aus, als sie nicht seid, ist die Schläten sicht. Untertitelung des ZDF, 2020